Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 23. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 960. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Spotify, HiFi, Android Update, Mate X2, Monitor und WISE. Ich beginne mit Spotify. Nachdem es Tidal und sonst noch einen Anbieter schon länger anbieten, HiFi-Sound-Qualität, kommt jetzt auch Spotify mit dazu. Genau, Amazon Music HD und Deezer HiFi sind die anderen beiden. Und da gibt es dann ab irgendwann in diesem Jahr, weil wurde erst von Spotify so angespoilert, wann Daten kosten etc., das ist noch nicht bekannt. Was man weiss, ist, dass das nur für Premium-Kunden verfügbar sein wird und da natürlich auch für einen Aufpreis. Da könnt ihr dann nicht nur maximal mit 320 KBit pro Sekunde streamen, sondern theoretisch und mit über bis zu 1411 KBit in der Sekunde. Also fast verlustfreier CD-Qualität, wenn man denn so möchte. Das Ganze soll nicht nur für mobile Geräte zur Verfügung gestellt werden, das Ganze soll auch für Spotify Connect, Lautsprecher und Lösungen kommen. Wir dürfen gespannt sein, wenn es soweit ist und ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht machen wir der ein oder andere Hörer mitteilen, wenn ihr das buchen werdet. Ist das was für euch oder lässt euch das eher kalt? Weiter geht es mit Samsung und da gibt es eine neue Ansage. Das gefällt mir sehr. Samsung hat schon länger fleissig Updates für seine Geräte ausgespielt in den letzten Jahren. Vor allem im Bereich Android etwas, was fast schon ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und jetzt haben sie noch was draufgesetzt. Alle Geräte, also viele Geräte, die ab 2019 auf den Markt gekommen sind, unter anderem aus der ZS, Note A, M und X-Cover, sowie der Tab-Serie, die sollen bis zu vier Jahre, also mindestens vier Jahre lang Sicherheitsupdates bekommen. Keine Funktionsupdates überall, das ist immer noch gewissen Geräten vorbehalten, aber Sicherheitsupdates und das ist das Wichtige. Welche das genau sind, ist eine grosse Liste mit vielen Namen. Ich könnte die mal in die Shownotes mit reinpacken. Vielleicht macht es das für den einen oder anderen etwas, das er gerne lesen würde oder sein Gerät raussuchen möchte, ob es damit dabei ist. Dann gab es heute eine Vorstellung von Huawei. Sie haben offiziell das Mate X2 vorgestellt. Das Ganze hat in chinesischer Sprache stattgefunden, wurde aber im Internet auch simultan, also sprich nicht simultan, sondern mit Untertiteln übersetzt, gestreamt. Was gab es Neues? Das Mate X2 wurde jetzt, also quasi das Mate X einfach mal in die andere Richtung gefaltet, ähnlich wie es Samsung macht, also nach innen das Display. Und was hat man da jetzt? Ein 8 Zoll OLED-Display mit einer schönen Auflösung, 2480x2200, 90 Hertz Bildfrequenzbewegung. Und was haben wir noch? Ja, viele andere Zahlen. Schöne Kameras sind verbaut, ein bisschen Akku, genügend RAM, Speicherplatz. Kommt aktuell erst in China auf den Markt für 18.000 Won, das ist circa 2305 Euro. Wenn es zu uns kommt, ist es noch nicht sicher. Wir dürfen gespannt sein und bis dahin zumindest mal die Fotos anschauen und ein paar Videos. Weiter geht es mit Huawei und da ist ein Gerät, was sie schon im letzten Jahr vorgestellt haben. Huawei hat sich ja verbreitert im Portfolio. Monitore und der erste davon kommt jetzt nach Europa, zumindest nach Deutschland, wie es in der Schweiz und Österreich ausschaut, weiss ich nicht genau, müsste ich noch zuerst abklären. Der neue Monitor hat ein 320,8 Zoll, also in der Diagonale, ist ein recht kompakter Monitor, ein kleiner Monitor, Full HD Monitor mit IPS Display und so weiter und so fort. Hat ein paar angenehme Anschlüsse wie, ja VGA, relativ alt, aber HDMI, DC Eingang und USB haben wir keinen. WESA, Mount Halterung etc., alles ist dabei. Sowas müsste man mal austesten und mal vergleichen mit anderen in ähnlicher Preisregion, respektive mit ähnlichen Specs. Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten aus der Fintech-Branche. Das Fintech-Unternehmen Transferwise hat sich umbenamst. Heisst jetzt nur noch WISE, also der Transfer wurde eliminiert. Somit gibt es jetzt anscheinend zwei Unternehmen, die mit dem Namen unterwegs sind und beide sind im Fintech-Bereich unterwegs, wenn das mal keine Probleme gibt. Was ist neu? Unterteilt wird das Ganze in drei Bereiche. Das internationale Konto für jedermann, 55 Währungen, eine digitale, also virtuelle und eine physische Karte mit fast oder mit sehr, sehr geringen Umrechnungskursen etc. Zum Beispiel mein Anbieter oder mein Bankanbieter Neon setzt ja für internationale Überweisungen auch auf den Dienst da. Der zweite Bereich sind Business-Konten, Geschäftskonten international und dann noch die Weiss-Plattform. Darüber läuft dann eben die Geschichte, wie das, was ich vorher gemeint habe mit Neon. In Deutschland ist es übrigens N26, Bunk etc. Die ganzen Banken, die das nutzen, um eben ihr Geld international in andere Währungen umzutauschen. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ja, ich habe alle durch, sehe ich gerade. Perfekt, dann würde ich doch sagen, euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!